Sehr geehrter Mr. Brian Boyd, sicherlich wurden Sie bereits umfassend vom vorzeitigen Tode Ihres Sohnes in Kenntnis gesetzt. Dennoch gibt es einige persönliche Details. Ich bin zu tiefst bestürzt über diesen Traum. Er war ein guter Soldat. Angesichts der Umstände, die zu seinem Tod führen, macht seinen Tod zu einem unermesslichen Verlust. Rubbers, vorgesetzter Offizierbescheid. Er war ein ausgezeichneter Soldat. Der Gnade Gottes und der Hilfe Ihres Sohnes verdanken ich mein Leben. Er wird uns immer unvergessen. Ich bin mein tiefstes Mitgefühl. Colonel, ich muss Sie über etwas informieren. Ja? Diese zwei Männer sind in der Normandie gefallen. Der hier in Omaha Beach. Sean Ryan. Der in Utah Beach. Peter Ryan. Der hier wurde letzte Woche in Neuguinea getötet. Daniel Ryan. Die drei Männer sind Brüder, Sir. Ich habe gerade erfahren, dass Ihre Mutter heute Nachmittag alle drei Telegramme bekommt. Das ist noch nicht alles. Es gibt einen vierten Bruder, den jüngsten. Der ist irgendwo in der Normandie, wo wissen wir nicht. Wenn der Junge noch am Leben ist, schicken wir jemanden los, um ihn zu suchen. Und schaffen ihn da raus, und zwar schnell. Ein Soldat im Hundertsten hat drei seiner Brüder verloren und darf ab nach Hause. Es wird schwer sein, in diesem verdammten Krieg einen bestimmten Mann zu finden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017